In das Bollwerk rede mit dem Lehrmeister, denn wir haben einen neuen Nahkampfplatz, den wir auch gleich mal auch beenden werden. Genau. Klingt als wärst du schon mal in einer klaren Hauptstadt gewesen. Ich bin Herr Rajo. Mein Bruder Virak und ich leiten diesen Platz. Du kamst bestimmt wegen der Coolroot-Kämpfer zum Bollwerk. Aber es braucht mehr als Worte, damit T-Code nachgibt. Jedenfalls, wenn du schon mal auf einem klaren Trainingsplatz warst, kannst du dir die Regeln sind gleich. Du kannst trainieren, nur dein Speer schließe alle unsere... Und wenn ich gewinne, bekomme ich einen Zeitpfalz. Und wer ist die... Ich hörte nur, das sei der beste Lehrer unter den T-Nakt. Erlange drei Zeichen. Dann siehst du es. Ja, wenn... Ne, irgendwo nicht Herausforderung gleich. Weiche einen Angriff aus, Absprung R2 und gedrücke... Angriff ausweichen. Der Ding. Leiter. Übersprung über Ersten Gegner. Nach vorne gedrückt halten. Hä? Hä? Übersprung über Ersten Gegner 1. Nach vorne drücken, gedrückt halten. Okay. 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 Was ist hier jetzt? Gänz! Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Gänz! auf dem Schlachtfeld Taktik überlebenswichtig das beste Ziel ist nicht immer das nächste also wähle dein Ziel und Schlag zu komisch R1, R1, R2 Halbmond Heap Absprung, Gedrücktheit, Schießen, Überbeachtung, Kacke, warum willst du nicht? es absprungen einen defensiven gegner hilft dir ein blockbrecher und schließe danach einen halben und hieb daran an ja ja kein ding haben wir mehrmals eine herausforderung geht doch möchte ich fertig gut an das war immer in bewegung ich glaube wir hat sogar mal kurz gelächelt das hast du dir verdient zwei zeichen 1 übrig und dann das fortfahren die meisten kommen gar nicht so weit viel glück mit dem letzten zeichen wenn du mal eine revanche willst noch eine prüfung oder mehr training du bist hier immer willkommen ja danke 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 ich war lange genug auf dem platz bis zum nächsten mal wir suchen mich auch auf instagram und mit spiel links findet ihr in der beschreibung